Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Offensee 2 Heute von Berlin Flughafen Berlin-Schönefeld zum Oberhof Rudow mit der Linie N7 Warum denn nur die 7 Städte, weiß ich gar nicht Auf jeden Fall mit der Linie N7 Wir fahren mit einem der Busse aus dem MN Stadtbusfamilien-Add-On Ja und da ich gerade aus Rudow kam und wir hatten so gut wie keine Pause, wie man sieht müssen wir auch direkt zu groß S-Bahnhof Flughafen Schönefeld Wir sind ja letztes Mal den X7 gefahren, nun fahren wir den N7 Der N7 fährt im Real weiter bis nach U-Bahnhof Hermannplatz Wir fahren mit Ihnen nur das Rudow Der Unterschied heute ist auch, dass wir über den S-Bahnhof fahren werden, den ihr dann auch zum ersten Mal sehen werdet Der Unterschied heute ist auch, dass wir über den S-Bahnhof fahren werden, den ihr dann auch zum ersten Mal sehen werdet Wir fahren mit Ihnen wieder auf den S-Bahnhof Ja, ich wollte euch ja eigentlich schon letztes Woche ein Video hochladen, bloß das hat nicht funktioniert, da ich erkältet war und das ist kein Anteil weiter, hätten wir mich gar nicht verstanden, also momentan ist es noch nicht weg, aber es wird besser. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und die S-Bahn-Linie 45 in Richtung Hermannstraße beide fahren im 20-Minuten-Takt im Normalfall und ja, da kommt man eigentlich zu, ist gut hin hier mal lassen und ja, da kommt man mit dem Schönefeld-Waltersdorfer Chaussee 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 Kaffee Ich bin dann auch wieder zum Flughafen in Schönefels gekommen, in eine RB, die von Hoppenhof und kommt aus Nauen, wenn ich mich nicht verraue. Also wie gesagt, man kommt hier eigentlich ziemlich gut hin. Hier droht du Deckweg. So, jetzt passen wir mal die ganze Nacht der Lübe. Wie gesagt, der Flughafen in Schönefels liegt im Wannenboot. Jetzt selber sind wir hier in Berlin. Hier rutscht auch gar nichts. Soll ich den Flügel ein bisschen später auch schwimmen? Näher wie nicht. Lieselotte wehr auf der Straße. Aber es sieht hier eigentlich ganz gut aus. Das muss man ja lassen. Auch nicht einfach so hingeklatscht, sondern auch ein bisschen drum herum gearbeitet. Die ganze Verkleidung, die Werbung von den Leitestellen und überall DFIs. Ich glaube, das ist jetzt hier und einsteig. Ich glaube, das ist jetzt hier und einsteig. Das ist ein geschehener Wunder und sein. Ich glaube, das ist jetzt hier. 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 Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Neuhofer Straße Eichenauer Weg 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 E Eiche WEB Eichenauer Weg U-Bahnhof Rudo. Enthalte Stelle. Terminäs. Please leave the bus here. Ob die Flaggen jetzt so sind, wie sie sind, das weiß ich gar nicht. So, da wir aber kurz vor Weihnachten sind, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Wenn wir uns auch nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Ja, und wir erinnern uns spätestens im nächsten Jahr. Bis dahin alles Gute. Und tschüss, euer Björn 23.5.